Mollung und Rettan Oh, noch schön, Salz in die Bunde schieben, dass A-Box vor kurzem gestorben ist. Vielen Dank auf Spiel. Mensch, scheißer Ernesto. Boah, komm hier, mach mal kurz den Prozess mitgelegen. Ey Junge, warum kriegst du mal und gar nicht? Hier, guck den Abschlag als Junge. Oh, das schlug. Oh, du bist geil, also ab. Talie, hör auf dich über jeden Schatz, Freund, kutzt mich sowas von an. Doch, Beta, danke. So, kann man den Scheiß nicht kaufen. Ja, AP-Punkt ist mir scheißegal. So, trotzdem ändert das nichts dran, dass Talie mich anscheinend geheilt hat. Und ich keine Paralyse heilen muss, oder? Scheiße, auf jeden Fall. Boah, warum haben die meistens noch die... Nein, 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 der ist jetzt nicht wirklich zurückgekehrt, oder? Nee, nee, nö. Warum, warum Eier? Ich weiß, der ist normal, weil so ein Charakter, der kommt in der Astor-Story vor, aber warum ausgerechnet Lebelle? Nein, Lebelle, Lebelle, okay. Wir können... Komm, Lebelle, lass uns bitte in Ruhe. Ihr könnt das alles ruhig klären. Lebelle, bitte, hör auf. Komm runter. Ich weiß, ich hab die Usum nicht in Sonne und Mond die Stirn auf der Astor-Story gezockt. Es tut mir leid, aber das liegt dran, weil du scheiße bist. So, jetzt hab ich gesagt, du bist nervig wie ein Navi. So, was ist denn jetzt hier weg? Ähm... Ich hab den Trainer gelistet. Oh, ja, stimmt. Ich weiß noch hier zum Trainieren, ne? Dann geben Trainer einmal wieder auszuwischen. Ja, der Trainer beschützt immer aus, weil ich noch die Kante aus. Ja, war auch irgendwie in Usum-Shabby. Ah, haha. Ich war in einigen Sachen, erinnere ich mich noch an Sonne und Mond. Oh, ich kriege wieder einen Paragoni. Der Paragoni war eines meiner besten Punkten in Sonne und Mond. Die Paragoni ist außerdem noch für Pflanze und Geist. Ich schätze, war lieber ein Nebulak bekommen, weil dann hätte ich eine noch höhere Chance. Ich muss eine Mimik mal in diesen Schnäppchen-Dingens doch mal in Geschäpp zu bekommen, aber hey. Paragoni, komm und bleib im Ball. Das war immer mein erster Fall. Weißt du was, ich will sogar einen Überball für dich verwenden. Komm, also, wir können das alles ruhig regeln. Also, bitte, bleib drin, leh dich zurück und entspanne. Weck mich. Boah, ich hab mein einziges Ding vorbereitet, nur für ein Paragoni verschwendet. Geil. Leute, schaffe mich diesmal eine Aufnahmsession und Token. Ist das überhaupt möglich? Denn bei dir ich glaube, dass der Starter der niedrigste gelevelte, wo mein Pokémon ist. What the fuck? Warum der Starter? Du bist deine Mutter. Du bist eh der beste Sohn. Alter, vor allen Dingen, bei dem Ringen musste ich so lange grinden. Das war abnormal. Einfach, weil der keinen Schaden macht. Ähm. Wie viel macht der Biss? Wenn du killst, dann bringe ich dich um. Und deine Mutter zerstört mich um. Okay, fick dich. Ich schmeiß dich aus dem Team, Junge. Wenn du das machst, mach doch auch nicht Schaden. Weil jetzt auf einmal schon. Und womit hätte ich das angreifen müssen. So, ich hab nur noch Finte und Kampfattacken. Und jetzt hat die Fallen nicht gespielt, wie ich gespielt habe. Oh, das kam mit dem Vito. Nice. Wo ist dann, Margarit? Wolfsburg. Oh. Boah. Ich is viel Arzt. Aber diesmal habe ich Mako Mai und das Ingetieren. One-hit. Und wenn du irgendwas in der Richtung um dich still versuchst, Junge, nervt mich. Boah, nervt mich bitte. Käufer, fick dich, bist du nervisch. Biss. Du kannst mich verraschen, du kannst Kopfnuss, Digga. Kit. Flinsch. Komm, ich will wenigstens noch Strand machen in dem Part. Kopfnuss, ja, das kann auflösen. Das darf mir Schaden. Aber ich komm trotzdem durch jetzt. Der Arme macht gar hilf. Ist das genug? Auf der Käufer fehlt, weht was noch ein Käufer. Kugellei, okay. Und der Psystall ist neutral. Mach aber keinen Schaden, ich hab seine Attacke abgelehreht. Mensch, meine liebe Damen, Marguerite. Dann tue ich scheiße. Kugellei ist one-hit, aber halt jetzt nicht drin. Also nicer als auf dem 1127 Speziell-EP. Und leidig, Leute, ich werde Flumkeeper nicht draus nehmen. Ich hab keinen Bock, Knochenpoken hochzuleveln. Nur weil der Filmmaster-FK gerade wütend ist auf Flumkeeper. Okay, was hab ich hier noch bekommen können? Komm, komm, dass irgendwas krass ist. Ja, Nebulak, genau. Er ist kein Nebulak, genau. Ich hab aber auch ein bisschen, die sind immer nur Fisch, ne? Jetzt bei Kramut, wie jetzt hier, Paragoni. Was soll das? Das Spiel macht mich mit, Leute. Ich sag's euch. Also Bings, hätten wir mal eine Aufnahme-Session ohne. Gerade, Fran kommt nicht. Fran muss doch kommen. Ich gucke dir doch, normalerweise sind Fran oder Fran nicht. Von dem Kampf gegen Mylar. Wenn wir den schaffen, darf ich gar nicht lesen. Ich bin doch mal immer zu viel Guten. Ich bin doch immer zu viel Gutes. Ich bin doch immer zu viel Gutes. Und das ist nicht so. Mit der Elter Foundation So kommt die Pippe, machen wir noch Guten Morgen Kurz gesagt Moin Moin Mein lieber Kämpfer Mein Schwarzbrot Kenji Krabox Sie ist wieder eine neue roten Stimme Sobastel, zerstärkt wie Kamen Pokémon im Ring Ist das Maromai oder ist es Kabox Maromai gewinnt mit Durchbruch Das war nur ein run-hitKO Das war sein größter Durchbruch In der Westland-Scheme. Ich habe verloren, wie kurz gesagt müsste er ja. Ich glaube, wir haben schon Mangunia, deswegen werde ich noch gewischt. Ich guck mal, wenn nicht, dann haben wir die Rote hier verkackt. Aber ich glaube schon, dass wir Mangunia schon hatten. Oder? Mangunia. Hoppa, mache ich kein Gebet. Nein, das ist doch nicht okay. Fuck. Fuck, 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 fuck. Bidder Etwas? Ja, glaub ich, sprich ein bisschen weg würde ich sagen. Ne. Nun Clerk queirat Student. Wenn euch gibt es einen Daumen hoch und Opera, bittet euch mal bis zur Show.